Obwohl wir natürlich nicht schnell alt werden wollen, tun wir oft Dinge, um den Alterungsprozess zu beschleunigen. In diesem Video erfährst du, welche Dinge dich alt aussehen lassen. Und hier geht es nicht um logische Sachen, so wie Rauchen, Alkohol, Stress oder zu wenig Schlaf. Nein, wir gehen etwas tiefer. Am Ende wirst du vielleicht überrascht sein. Ein Grund, der dich schneller alt aussehen lässt, kann zum Beispiel unbewusste Mimik sein. Viele von uns haben Ticks, die tiefe Falten entstehen lassen. Falten, die nichts mit dem Alter zu tun haben, sondern uns einfach älter aussehen lassen. Zum Beispiel, wenn wir in die Sonne gehen ohne Sonnenbrille, dann neigen wir dazu, die Augen so ein bisschen zusammenzukneifen und so entstehen hier Zornesfalten. Oder wenn du zum Beispiel nicht mehr so gut siehst, dir aber nicht eingestehen willst, dass du vielleicht eine Brille brauchst oder Brillenträger, die ihre Brillen nicht oft tragen, neigen dazu, wenn sie etwas genau sehen wollen, die Augen zusammenzukneifen, um wirklich genau zu erkennen, was da ist. Durch dieses Zusammenkneifen entstehen Augenfalten, Krähenfüße. Weiters trinken mit einem Strohhalm oder aus einer Flasche. Wenn wir das tun, entstehen hier um den Mund diese vertikalen Lippenfalten. Versuche das unbedingt zu vermeiden. Für uns Damen die Wimperntusche. Ihr kennt das bestimmt, wenn wir vor dem Spiegel stehen, die Wimperntuschen und dann die Augenbrauen nach oben ziehen, dann entstehen hier diese horizontalen Stirnfalten. Nicht gut, total unnötig. Und ein Klassiker natürlich, aufs Smartphone schauen. Wenn wir hier mit dem Smartphone sitzen und nach unten schauen, dann können hier tiefe Falten am Hals entstehen. Ein weiterer Grund, warum wir schneller altern, ist versteckter Zucker. Jetzt denkst du dir bestimmt, ich nehme ja eh keinen Zucker zu mir. Aber warte kurz. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass Zucker alt und krank macht. Es gibt eine Verbindung aus Zucker und Eiweiß, die nicht verstoffwechselt wird. Das heißt, sie bleibt im Körper und hindert so die Kollagen- und Elastinproduktion. Und nachdem diese beiden im Alter sowieso abnehmen, wollen wir das nicht zusätzlich beschleunigen. Es geht also um den versteckten Zucker in Vollkornbrot, in Joghurt, in Pflanzenmilch, wie Soja und Mandelmilch, in Fertigprodukten wie Fertigmüslis, Müsli-Riegel, Pizza, Dressing, Soßen. Und natürlich auch, manchmal ist Zucker den Smoothies hinzugefügt. Da denken wir, wir tun uns etwas Gutes und nehmen einen Smoothie zu uns und dann enthält er Zucker. Nimm dir daher einmal die Zeit, wenn du einkaufen gehst, schau dir die Produkte an, die du dir regelmäßig kaufst und untersuche, ob Zucker hinzugefügt wurde. Denn so lässt du dir nicht weiter Zucker unterjubeln. Und der dritte Grund ist, dass du nur Sonnenschutz aufträgst, wenn du nach draußen in die Sonne gehst. Es gibt die energiereichen UVB-Strahlen, die einen Sonnenbrand verursachen. Und es gibt langwellige UVA-Sonnenstrahlen, die die Haut bräunen, pigmentieren, schneller alt werden lassen und auch Hautkrebs erzeugen können. Diese UVA-Strahlen sind auch vorhanden, wenn die Sonne nicht scheint, das heißt, wenn es bewölkt ist. Diese Strahlen können außerdem durch Fensterscheiben, durch Autoscheiben und durch die Kleidung hindurchdringen. Es ist daher wichtig, dass du immer, wirklich immer, wenn du das Haus verlässt und nach draußen gehst, Sonnenschutz aufträgst. Nicht nur im Gesicht, sondern auch am Hals, am Dekolleté und an den Händen. Denn das sind die Stellen, an denen man das Alter am ehesten erkennt. Das ist am Dekolleté und an den Händen. Untertitelung des ZDF, 2020